Herzlich Willkommen hier im Hanfmuseum. Vorweg mein Dankeschön an die Crew des Hanfmuseums, dass wir diesen Raum hier so nutzen können. Und da vor heute, vor genau 20 Jahren, formell Yves & Rave sich gegründet hat in den Nautilus, einem Verein zur Förderung der Party- und Technokultur und zur Minderung der Drogenproblematik. Und seitdem ein paar hier, die hier sitzen, Jahr ein, Jahr aus, Infostände auf Partys gemacht haben. Ich habe dieses Thema auch ausgewählt. Ich hätte ja auch über 20 Jahre Yves & Rave auf Kongressen und Messen oder etwas erzählen können. Aber wir machen das ja für die Party-Kultur und die Drogen-Infostände sind ja ein Ort, wo man sich unterhält, wo man Erfahrungen austauscht und wo eigentlich auch das Wissen herkommt, wie Drogen eigentlich funktionieren. Denn wo kann man besser erfahren, wie Drogen wirken, wie wenn man mit Leuten redet, die die gerade genommen haben und die das in einem dafür passenden Set und Setting unternommen haben und erfahren, welche Wirkungen kommen bei den meisten Leuten gut, bei welchen Kombinationen oder Mengen fangen die unangenehmen Nebenwirkungen an, ob das jetzt Schweißausbrüchen oder ein Unwohlsein im Magen ist oder auch egal was, es geht darum, zu erfahren, zu ergründen und zu vermitteln, wie funktioniert Drogenmischkonsum oder sagen wir ein Risikomanagement zum Drogenmischkonsum so, dass man danach in seiner Lebensqualität nicht eingeschränkt ist. Das ist bewusster Gebrauch und da, wo negative Folgeerscheinungen erscheinen, da kann man von Missbrauch reden. Und Mitte der 90er Jahre, da wurde auf einmal Techno sehr Mainstream. Vorher war das eine kleinere Gruppe von Menschen, die sich an einigen Orten getroffen haben, aber dann auf einmal in den 90er Jahren mit Love Parade, es wurden mehr und mehr Leute, es machten mehr und mehr Clubs auf und die Leute haben natürlich auch viele Drogen genommen, aber es gab praktisch keine Informationen dazu. Und da entstand in einem Workshop, den die Deutsche Aids Hilfe organisiert hatte, bei einer Gruppe, die sich für Schwule und Gesundheit und Partyszene interessierten und dem auch als Thema dieser Workshop gewidmet war, ist die Idee gekommen, es muss einfach für die Technoszene etwas Spezielles geben, weil die gängigen Muster, wie die Aids Hilfe bisher so in der Schwulenszene vor allem die Leute erreicht hat, das waren Wege und Methoden, die waren für die Technoszene ungeeignet. Und der Helmut Ahrens, der war bei der Aids Hilfe da sehr aktiv als Drogenreferent und hat auch für Frankfurt am Main eine Drogenbroschüre. Safe-for-Use-Info zu Ecstasy, Speed, LSD, Kokain, also zu den damals gängigen Partydrogen. 24 Seiten. Es war ein akzeptierender Ansatz, so dass die CDU in Offenbach meinte, so etwas geht nicht. Dann kam das vor die Bundesprüfstelle Jugendgefährten der Schriften. Die haben dann festgestellt, im Nachhinein, wir dürfen die überall verteilen, also sogar im Kindergarten, es gibt keine Auflagen. Und um das Verteilen zu organisieren, dieser Broschüre, da brauchte es halt eine Struktur und da wurde ein Verein gegründet. Und es gab schon vor der Vereinsgründung mehrere Infostände und auch danach und es wurde Fernsehen und Presse eingeladen. Und das war völlig neu. Man muss wissen, zu jener Zeit wussten die meisten Leute noch nicht, was Internet ist. Es gab so ein paar Freaks vom Computer Chaos Club oder von Software-Spezialisten, die wussten, was Internet ist. Aber 1994 war das noch weitgehend unbekannt. Also Informationsquellen waren damals noch weit mehr als heute Broschüren. Die Broschüre wurde dann mehrfach überarbeitet, wurde immer wieder neu gedruckt. 1997, eine sehr große Auflage. Insgesamt haben wir über 200.000 von diesen Broschüren in die Szene gebracht. Und da gab es noch die Zeitung Frontpage. Das war damals das Technomagazin, das in ganz Deutschland verteilt wurde. Und die Frontpage hat das Ganze abgedruckt auch. Und das war der erste Impuls von Drogenaufklärung in der Techno-Szene. Und das war neu. Die Leute haben die Informationen wirklich in sich reingezogen und waren froh, überhaupt mal vernünftige Ansprechpartner zu finden. Denn, sagen wir, das Drogereferat der Stadt Berlin, die waren völlig überfordert. Die haben wir mal an einem Dienstagvormittag besucht. Da sind wir vom ESSO nach dem Electric Ballroom zu denen ins Büro. Und die haben die Tür aufgemacht und als Begrüßung kamen, Hilfe, die Räfer kommen! Das ist die Rückseite der Broschüre und der Spruch, wenn der Mond voll ist, nimmt er dann wieder ab. Ein chinesisches Sprichwort. Und das war so auch das Leitmotiv. Wenn man gut Drogen konsumiert hat, dann ist wieder Pause. So Vollmondparty. Aber es gibt auch andere Zeiten. Ja, da stehen einige Sprüche drauf. Da komme ich später drauf zu sprechen, wie das dann weitergegangen ist. Und um diese Broschüren zu verteilen, wurde dann in den Autilus immer am Mittwoch war das so ein Treffen, so wie hier das Hanfparadetreffen am Dienstag. Man hat sich getroffen, man hat diskutiert, man hat geplant. Und die Nautilus war ein Café, das hatte rund um die Uhr offen. Da konnte man also nachts feiern und schlafen und frühstücken. Also wenn man zu breit war, auf die Straße zu gehen, in den Nautilus war man gut aufgehoben. Das nur, dass man ein bisschen zum Setting weiß, in was für eine Atmosphäre der Verein gegründet wurde. Und es ging darum, einfach Maßnahmen zu treffen, um in der Szene Drogenkonsum bewusster zu machen. Denn damals waren die Leute wesentlich schlechter informiert. Sie hatten oft keine Ahnung, außer was in der Zeitung stand. Und da stand drin, die Kids nehmen zehn Pillen. Dann haben die das halt auch gemacht, weil das irgendwie in der Boulevardpresse stand. Und das führte dann dazu, dass man am Montagmittag irgendwie im Tresor Personal, Türsteher und Barkiefer völlig überarbeitet, schon ein paar Überstunden. Aber man wusste, da gab es Gäste im Lokal, die konnte es so nicht einfach auf die Straße lassen. Also musste man eine Party organisieren, die gemeinschaftlich ja den neuen Ort transportieren. Die Leute konnten wesentlich weniger als heute mit Drogen umgehen. Wenn ich mir Situationen zurückerinnere, wie das 1994, 1995 in den Clubs warst und wie das heute auf Partys, wie auf der Mystic Rose oder auf dem Psychedelics Theater abgeht. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das war eine sehr andere Zeit noch. Und dann gibt es einen Ort, der auch sehr wichtig war und das war das Vereinsheim. Das war ein Verein zur Erhöhung der Lebensfreude durch Tanz, Ekstase und andere Lustbarkeiten. Der Lothar, der hier ist, der war in diesem Verein sehr aktiv und das Vereinsheim hatte ein vierstöckiges altes Haus und das waren drei Dancefloors und da war dann noch ein Chillcafé und es gab einen Schlafraum und es gab einen schönen Feuchtbereich und vor allem, es gab im Hause, das hat der Verein für Event Rave getagt, ein Büro mit allen Nebenkosten direkt im Club. Das war nicht eingerichtet mit Infomaterial und mit Tisch. Das heißt, wir hatten unser Separé für egal für was im Club. Man konnte sich immer so die Vereinsmitglieder mit ein paar Gästen von der Party in den Privatraum zurückziehen, um über Drogen zu sprechen oder was auch immer. Und man sieht auf diesem Flyer, da steht auch KitKat Club, hier KitKat Club Spezial im Vereinsheim. Das Vereinsheim war Gebot von vielen Dingen, die hier in Berlin Tradition bekommen haben. Also im Vereinsheim war nicht nur dann Event Rave zu Hause, sondern das war ein Ort, da haben sich sehr viele verschiedene Leute getroffen. Wir hatten geöffnet, immer von Freitagabend, 10, 11, und dann durchgehend geöffnet bis Montagnachmittag, manchmal bis Dienstag. Das hat 10 Mark gekostet, das war sehr sozial und da wurde extremst abgefeiert. Und auf der anderen Seite, KitKat Club, da steht da noch, Freitag in der Turbine, 94 hieß da die Location, in dem der KitKat Club stattfand, noch Turbine. Und die Turbine und der spätere KitKat Club, die waren auf der einen Seite vom Görlitzer Park und auf der anderen Seite vom Görlitzer Park war die Nautilus. Und in der Nautilus gab es immer alle Drogeninfos und da konnte man vom Dancefloor zum Chillen in der Nautilus und auch wieder über Drogen reden und plaudern und sich amüsieren. Aber das war die Arbeit direkt mitten in der Szene. Das heißt, wir waren nicht irgendwie eine Organisation, die in die Clubs reinkam, sondern das waren eigentlich alles Leute, die in der Szene völlig aktiv und am Feiern waren oder am Platten auflegen oder als Türsteher arbeiten oder was auch immer. Am Anfang war das eine reine Szeneorganisation. Die Mystic Rose, das macht der Ananto, da steht noch Sunday Club et Turbine, das ist ein Flyer ganz aus der Anfangszeit und die Mystic Rose, der Veranstalter, das ist derjenige, der am allerlängsten bei seinen Partys immer Wert darauf gelegt hat, dass es Informationen zu Drogen gibt. Also seit 20 Jahren sind Ananto und wir gemeinsam am Aufklären, am Besprechen, wie macht man den Club so, dass es im Club auch für unter diesen oder jenen Molekülen noch angenehm ist. Wer also zum Beispiel durch den Secret Floor in KitKat geht, der sieht, dass es auf dem Weg dahin zahlreiche Betten gibt in den Gängen, breite, schöne Betten, wo man sich hinlegen kann. Also da muss einfach sehr genau beobachtet werden, wie sind die Leute drauf, was brauchen sie und diese Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Da ist KitKat Club und Mystic Rose und Mystic Friday oder jetzt auch der Psychedelic Theater. Da muss man wirklich sagen, die gehören zu Avantgarde, auch im Club Vorträge zu halten zum Thema vor den Partys, weil erst neulich ein Jahr Psychedelic Theater an Ando und Ida erzählt, was Goa ist und Drogen und Goa und wie das zusammenhängt. Das heißt, die Wert drauflegen, dass ihre Gäste wissen, was sie tun und möglichst gut Bescheid wissen. Das ist ein Flyer von 1994 von der Mystic Rose und da fand die noch jeden Sonntagabend statt und die Partys damals in Berlin, die wurden im Flyer veröffentlicht. Der Flyer, das war damals der Fahrplan der Raver. Der kam alle 14 Tage neu raus und im Flyer, ich habe hier einfach mal zwei Titelblätter, da wurden immer Markenprodukte dann irgendwie genutzt, um den Flyer zu präsentieren und der Inhalt der Flyer, das waren die Seiten, die die Leute fast alle, die ausgingen, auf Tasche hatten. Die angesagten Clubs und jeden Tag in der Woche, welcher DJ legt um wieviel Uhr auf. Und das war sozusagen das Zentralorgan der Berliner Rave-Szene. Der erschien ab 1994. 1994 war anscheinend ein sehr kreatives Jahr. Da hat auch das Hanfmuseum aufgemacht, das das Jahr am 6. Dezember 20-jähriges Jubiläum feiert. Und wir waren gerade neulich auf 20 Jahre Flyer. Mark Wohlraber hat den rausgegeben. Der ist auch Mitbegründer der Club Commission und mit dem habe ich das Konzept von UNESCO und Weltkulturerbe besprochen in der Bar 25, weil der studiert Weltkulturerbe Management. Und wir wollen halt Partykultur als UNESCO-geschütztes, immaterielles Weltkulturerbe wissen. Eines der bekanntesten Clubs damals in Berlin war das E-Werk. Und das E-Werk hat Kulturveranstaltungen gemacht, 1994 und 1995 und die hießen Kromapark. Ausstellungen, Lightshows, natürlich viel Musik, aber auch Vorträge, das war dann in der Evidence Hall und da hat einen Abend Event Rave das ganze Programm gemacht, da hatten wir so Moleküle als Deko und da gab es Livemusik, Sairom hat da gespielt und da gab es auch einen Daily Flyer, während der Kromapark hat der Flyer jeden Tag eine Neuausgabe gemacht und da war Event Rave und Drogeninfo abendfüllend präsentiert worden und das war rammelvoll und die Medien haben auch darüber berichtet, also diese Kromapark Veranstaltungen waren ja für die Akzeptanz der Technoszene, dass das nicht nur Boom Boom und Ecstasy heißt, sondern dass da mehr dahinter ist, da waren diese Veranstaltungen eigentlich sehr wertvoll. Und dann hatten wir auch ein paar Veranstaltungen im Tränenpalast, der Tränenpalast, der war mal Partylocation für einige Jahre und die hießen The Moon and the Sun und da kamen auch sehr unterschiedliche Leute zusammen und damals haben auch Partyveranstalter, der hat unter anderem auch Digital Joy und Go Agile aufgelegt, also richtig geile Marco Lopez, Sangeet, also das war extrem geile Musik und das war auch eine sehr aparte Location und also für Technopartys gut geeignet und für solche Partys wurden eigens richtig kleine Broschüren gedruckt und da war auch in dieser Flyer-Broschüre, wo man dann so blättern und lesen konnte, mehrere Seiten Eve and Rave und da sieht man auch am Titel Gays and Drugs Eve and Rave war bei der Begründung vornehmlich waren da schwule Leute aktiv, also die schwule Szene war sehr stark nicht nur in der Partyszene sondern auch oder vor allem auch bei Eve and Rave sehr aktiv hier in Berlin. Dazu muss man auch sagen, Schwule haben einfach mehr Zeit zum Feiern, weil die müssen weniger oft mit dem Kinderwagen am Sonntag durch den Park spazieren. und dann wir haben ja hier Traktikin gemacht in Berlin von Februar 95 bis September 96 das heißt Pillen konnten eingeschickt werden oder uns am Stand übergeben werden und wir haben die in die Charité gebracht ans gerichtsmedizinische Institut und haben die Ergebnisse der Analysen veröffentlicht auf Flugblätter und die gab es bei uns am Stand das war ein sehr begehrter Artikel diese Pillenliste die haben wir für eine Mark abgegeben da standen die Leute Schlange und wollten die haben und diese Pillenliste sorgte auch dafür, dass die Medien sehr stark auf einmal über Event Rave und Drogen und Aufklärung berichteten und die Erfahrungen von Event Rave im ersten Jahr 94 Frühjahr 95 und vor allem auch die Erfahrungen aus Kassel in Kassel wurde dann auch ziemlich schnell ein Event Rave Verein gegründet und in Kassel gab es damals den Aufschwung Ost und es war deutschlandweit einer der angesagtesten Klubs ich habe gerade am letzten Freitag wieder jemand getroffen der mich daran erinnerten wie toll die Silvesterparty Mitte der 90er Jahre im Aufschwung Ost war muss ich vorstellen die haben in einer Fabrikhalle einen echten Rasen ausgerollt sogar nicht eben sondern so ein bisschen hügelig da wuchsen richtige Krokusse raus und die Decke war ein Mandala aus Äpfeln Birnen und Bananen das heißt man konnte sich strecken und eine Frucht holen und essen also ein ein Club wo wir eigentlich völlig wahnsinnige betrieben haben die wirklich keine Arbeit gescheut haben um die Leute positiv zu überraschen nicht Silvesternacht absolut Nieselregen draußen so halb Schnee halb Regen Igitt Igitt und du kommst vom Dänzler in den Raum es riecht nach Frühling da hat es Hängebetten wo du schaukeln kannst also in solchen Atmosphären haben wir auch Infostände gemacht und gerade in Kassel wo also wirklich Leute von Frankfurt und Leipzig und Hannover angereist sind um da zu feiern weil das war einfach ein absolut idealer Feierclub gingen 2000 3000 Leute rein und das war für den Informationsausstausch an den Infoständen ein Goldregen weil Infostand machen ist ja immer Wissenstransfer in zwei Richtungen es ist ja nicht so dass die Drogenberater oder Drogenaufklärer oder Drogenstand Mitarbeiter den Konsumenten nur was erzählen können sondern es gibt viele Konsumenten die können auch sehr intelligente und wissenswerte Dinge den Leuten die am Stand arbeiten erzählen und wie schon erwähnt wie bestimmter Mischkonsum wirken erfährt man nur von den Leuten die das praktizieren und das ist also die Stand Arbeit immer ein Geben und Nehmen von Informationen und im Herbst 95 als die Staatsanwaltschaft schon ermittelte hier in Berlin wegen Traktchecking das gefiel der nicht wussten wir wir müssen einen Plan B aufbauen und den ich Roger gut kenne vom Nachtschatten Verlag und weiß wie der drauf ist haben wir ein Buch gemacht wo wir die ganzen Erkenntnisse von Eve and Rave und Party Kultur und Feiern gehen wir ja schon viel länger und Drogen nehmen tun wir das auch viel länger diese Erfahrung einfach in ein Buch zu fassen weil es galt Eve and Rave Schweiz zu gründen und ein Traktchecking Programm in der Schweiz aufzubauen und darum steht da drin so essentielles was Technokultur ist wie die Musik komponiert wird was sequentielle Mantric ist und ähnliches mehr dann steht halt auch viel drin über Wirkungen von einzelnen Substanzen die als Partydrohung genommen werden und so wie Beipackzettel gemacht für Medikamente zu LSD Ekstasie und 2CB aber eben auch Übertrag Checking und wieso das wichtig ist und die Pillenresultate das war also sozusagen auch als Lehrbuch gedacht für die neu zugründete Eve and Rave Schweiz und das wurde dann auch beschlossen bei der Buchpräsentation das war in Solothurn in der Jugendherberge also die die in Solothurn waren bei 30 Jahre Nachtschatten die Jugendherberge in Solothurn ist auch Partylocation und Konferenzzentrum und da haben wir das Buch vorgestellt und da auch eigentlich den Plan gefasst Eve and Rave Schweiz zu gründen und das die Statuten sind fast wortgleich wie wir sie uns in Berlin ausgedacht haben und es war dann am 90. Geburtstag im Januar 1996 auf dem Geburtstag von Albert Hofmann in Basel da war auch der Professor Brenneisen von der Universität Bern der leitet da das Pharmakologische Institut oder leitet inzwischen ist er pensioniert und da haben wir eigentlich so die Details zum Tract-Checking Programm wie wir das durchführen und wie das so läuft mit dem Bundesamt für Gesundheit die haben ja dann im ersten Jahr auch alle Analysen bezahlt das war also sozusagen das Know-how ins Ausland transferiert für einen Rettungsanker und der wurde ja dann später auch gebraucht und dann kam auch sehr viel Unterstützung aus der Szene es gab eine Benefit-CD da haben viele Künstler mitgewählt unter anderem Dr. Motte als Euphorysen hat er sich da genannt also Rhythmen für die Euphorie und Akasha Project oder Spürer sind mit dabei also die die auf den Partys waren können sich vielleicht an die Namen erinnern und diese CD war dann letztendlich nicht nur geile Musik drauf ich habe also ein paar dabei wir können die also nach dem Vortrag mal hier einspielen und das war auch ein ganz deutliches Zeichen aus der Szene wir unterstützen das wir finden das gut und ja die CD hat letztendlich für die Eventrave da Vereine etliche tausend Mark eingespielt und das war auch so der Rettungsanker dass man dann alle Rechnungen die Anwälte für das Trackchecking Verfahren und so zahlen konnte und dann 97 auch wieder aus der internationalen Überlegung wir haben als dieses Buch die erste Auflage rauskam in der Schweiz schon Trackchecking gemacht das war 97 aber die Prozesse in Berlin waren noch nicht gelaufen und da haben wir uns gedacht das wäre doch schlau wenn der Richter die Begründung warum er die Beschuldigten nicht irgendwie verurteilen kann sozusagen das Plädoyer und da haben viele dran gearbeitet das war ein Student der Juristerei Jürgen heißt der der hat das maßgeblich koordiniert und das war Professor Cornelius Nestler da seinerzeit noch in Frankfurt jetzt in Köln ein sehr intelligenter und ja kann man sagen grundgesetz treuer Strafrechtler der auch an Sonix Netzwerktreffen so seine Meinung kundgetan hat und uns aufgeklärt hat und dann war da Peter Lindler dabei an dieser Verteidigung Schrift das war der Drogenjustizia von Hamburg und es galt darum das möglichst logisch alles aufzufächern und als die Richter in Berlin zu entscheiden hatten über das strafrechtliche die strafrechtliche Relevanz von dem Drugchecking hier in Berlin konnten die also die Begründung warum das auf keinen Fall strafwürdig ist schon in Buchform sich besorgen und dann gab es dann also für die die es nicht wissen die Gerichte haben ganz klar in den Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft keine strafbare Handlung gesehen die Mitarbeiter von Event Reif haben nur Drogen aus dem Verkehr gezogen und an eine mit einer erlaubnis gestattete Institution weitergeleitet und somit keine Betäubungsmittel in den Verkehr gebracht und in dem Sinn auch nicht erworben weil sie keine Sachherrschaft darüber hatten und in der Schweiz haben wir ja dann Drugchecking gemacht da gab es aber konservative Politiker die meinten das gehe nicht und das sei unmöglich und dann wurde halt auch in der Schweiz es war damals noch die ZAGIP die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme die haben zusammen mit Event Rave Berlin so sozusagen unter wissenschaftlicher Anleitung das erste Drugchecking in Zürich gemacht musste dann wegen der Anzeige auch eingestellt werden aber der Stadtrat von Zürich hat sich dann hinter das Drugchecking gestellt und dann hat ja Ivet Rave das Drugchecking gemacht und für die Schweizer Behörden war das auch irgendwie ein absolutes Novum weil sie haben Deutschland von einer völlig anderen Seite kennengelernt weil anständige Schweizer Beamte wenn die wissen wollen wie Drugchecking in Deutschland funktionieren die schreiben entweder an die zuständige deutsche Dienststelle oder gar an die Deutsche Botschaft in Bern wie sowas in Deutschland geregelt ist und die haben Anfragen gestellt wie Drugchecking in Deutschland geregelt ist und das Gesundheitsministerium hatte ja keine Ahnung wie wir das so machen die konnten gar keine Auskunft geben und das war ziemlich lustig zu erfahren wie ja was in Deutschland möglich ist und dass wir das gemacht haben in Schweizer Zeitung genau nach dem Modell in Berlin und dann wollten die halt über den amtlichen Weg wissen wie das Modell in Berlin ist aber sie konnten es dann bei Even Rafe erfahren und damit die das eben erfahren konnten wir haben dann auch 1997 die Rechtsgutachten veröffentlicht nach denen läuft das Drugchecking immer noch in der Schweiz wurde dann eine zweite Auflage von dem Buch gemacht aber Sinn und Zweck dieses Buches war eigentlich auch wieder aus der Szene heraus mit Analyseresultaten und wie Drugchecking funktioniert und warum das auch für die Prävention günstig ist also für die Schadensminderung von Gebrauch ist Eve und Rave Nachtschatten Verlag Drugchecking und das ging vorwiegend an ja helvetische Politiker sicher auch viele Leute hier in Deutschland haben das gelesen und ich muss sagen 1997 Neuauflage 99 und seit 99 das was für Deutschland drin steht stimmt eigentlich heute noch die Situation in der Schweiz und in Österreich hat sich völlig geändert in der Schweiz hat unser Staat nicht einen Staatsanwalt hinterher geschickt sondern sie haben uns nach Bern das Bundesamt für Gesundheit eingeladen haben das mit uns besprochen die Resultate besprochen wie wir sie einschätzen die auch mit anderen Leuten aus Drogenberatungen besprochen und im Ergebnis führte das dazu dass zuerst in Bern die Stiftung Kontakt das ist eine Stiftung die kümmert sich um viele soziale Dinge von Fixerstugen über Spritzenaustausch bis eben Drogenaufklärung in Clubs und der Daniel Allemann hat ein mobiles Labor gebaut und ist als der arbeitet im Kantons Apotheker Aufsichtsamt ist also ein staatlich angestellter Apotheken Aufseher und dem sein Hobby ist es auf Open Airs oder auf Indoor Partys mit seinem mobilen Labor das inzwischen auch gut gewachsen ist Analysen zu machen und die Leute aufzuklären stellt er manchmal eine Videokamera oder zwei auf sodass man es groß an der Leinwand sehen kann erklärt den Leuten was er macht und klärt sie auch pharmakologisch auf wie die einzelnen Substanzen wirken die Mystic Rose war auch einer der ersten die Benefit Partys für Event Rave gemacht haben das war der Crisco Club die waren die erste das war die schulendonnerstags veranstaltung im Kitkat die haben die erste Benefit Party für Event Rave gemacht und der Ananto das war 1997 da war die erste Kitkat Event Rave Benefit Party über die ganze Jahre hinweg gibt es einfach zwischen bestimmten Leuten irgendwie ein Netzwerk und das wirkt also ich denke zum Beispiel Lothar ist hier aus dem Vereinsheim und da haben wir zusammengearbeitet und dann auf einmal irgendwie unter dem Label Megaspray Demos organisiert und Partys organisiert oder dann unter dem Label Elektrokult und Fairplay dafür gesorgt dass die GEMA Tarifreform nicht umgesetzt wird und so trifft man sich immer wieder es gibt einfach bestimmte Leute die sind ein bisschen wacher und engagierter als andere wir waren auch auf der Love Parade das sind Uli und Icke im Vordergrund im Hintergrund Susanne beim Aufbau am großen Stern vom Event Rave Stand an der Love Parade hatten wir immer beim großen Stern einen Stand und einen Chill Bereich haben Obst und Wasser abgegeben ich glaube das Wasser abgeben war die wichtigste Funktion die wir hatten weil es war manchmal tierisch heiß und es war ein unglaubliches Gedränge und das war ausgesprochen arbeitsintensiv auch so eine Love Parade weil es kamen unglaublich viele Leute und manche fragten nur where is the quickest way out of the year weil sie einfach Platzangst gekriegt haben weil der Tiergarten so voll mit Leuten war aber da in dieser Mitte aktiv zu sein auch gut zusammenarbeiten mit denen vom Roten Kreuz das haben die Malteser gemacht da muss ich sagen Respekt was die für eine Leistung erbracht haben mit all ihren Sanitätsposten und wie schnell die die Leute behandelt haben und überhaupt durch die Menge getragen haben das ist ein harter Job Ja ab September 96 war ja Truckchecking in Berlin nicht mehr möglich aber wir waren ja so weit vorbereitet dass Ende Oktober an unseren Infoständen wie in den Vormonaten wieder eine Pillenliste mit neuen Resultaten ausgelegen hat die einzigen Worte die ausgewechselt werden mussten war Event Rave EV Berlin durch Event Rave Schweiz und die Worte Gerichtsmedizinischen Institut der Charité an der Humboldt Universität durch das pharmazeutische Institut der Universität Bern ansonsten waren die wortgleich und man kann sich ja vorstellen dass die Staatsanwaltschaft über diesen Fund nicht gerade hoch erfreut war und so gab es auch immer wieder zur Förderung vom Drugchecking aber auch damit wir die Rechnung zahlen konnten erstmal für die Anwälte das waren mit den besten Strafrechtsprofessoren die man in Deutschland kriegen konnte und da haben wir auch dafür spezielle Benefiz Partys gemacht hier eine auf dem Pfefferberg der Pfefferberg war wie für das Vereinsheim wie vorher das Vereinsheim für uns sozusagen das Stammhaus wir hatten großen Schrank im Pfefferberg das heißt wir mussten nicht jedes Mal alle Kopien und alles am Stand ranschleppen und wir haben da bis zu vier Mal in der Woche Infostand gemacht wir waren also praktisch fast so was wie ein Hauseigener Infostand sind relativ selten in der Zeit auch mal auf Open Airs oder andere Partys gegangen aber mehrheitlich waren wir da auf dem Pfefferberg und das wusste auch jeder und da kamen viele Leute einfach auf weil sie wussten an den Partys ist event reich wenn wir irgendwas über Drogen wissen wollten die neue Pillenliste haben wollte dann sind die halt in Pfefferberg gekommen und auf dem Pfefferberg gab es auch die Alchemia Essencia das war so etwas wie ein alchemistischer Kongress nicht der Pfefferberg heute kann man da teuer essen gehen das Subground unten war eine schöne Club Location oben ein schöner hölzerer Bode ein wunderbarer Dancefloor und ein großer Innenhof wo man Zelte aufbauen konnte und wo man draußen auch Informationen abgeben konnten und das war so die erste größere Serie in Berlin Party in Politics miteinander zu verbinden das heißt im Kontext von Partys auch Vorträge über Party Kultur über Psychedelik über Psychonautik und ähnliches mehr und hier auf dem Pfefferberg sind auch sehr viele neue Dinge entstanden Pyromania Arts hat da eine CD produziert über den Alchemistischen Kongress das ist der Boris Hiserath der kommt auch immer werde ich später erzählen auch zu den Partys die wir so in der Ritter Butzke machen die Alchimia Essenzia hier nur so was man sich vorstellen kann Peter Pan war da einer der maßgeblichen DJs der hat auch eine Seite der Event Reef Benefits CD abgemischt und diese Alchimia Essenzia das war so richtig eine gute Mischung kleiner Kongress viel Unterhaltung viel Informationsaustausch und viel Party das ist so ein bisschen vorweg so wie der hedonistische Weltkongress nur dass auf dem hedonistischen Weltkongress das Verhältnis Vortrag Party nicht gleich groß ist es gibt viel mehr Vorträge und Workshops und im Verhältnis weniger Partys als beim Alchimistischen Kongress Der Tim das ist derjenige der die Webseite macht EventRaveNet und DrogenkultNet der macht das Technische die Doro die auch die ganzen Hanfparadeflyer macht und Plakate seit einigen Jahren kann man hier an der Wand sich anschauen die macht das Layout und ne Moment nicht und er hat seine Geburtstagspartys über mehrere Jahre auch als EventRave Benefit Party damit einfach Geld reinkommt für die Aufklärung und dass man Drugchecking ja publik machen muss letztendlich entscheiden darüber ja Richter und die entscheiden die Namen des Volkes also muss man auch gucken dass das Volk einigermaßen Bescheid weiß die Party war in einer Super Location die grüne Hölle gibt es nicht mehr aber das war eine absolut geniale Party kann ich mich gut erinnern Orbital Dolphins live wir haben auch viel kombiniert Musik und also nicht nur Politik sondern auch Musik und Drogen und sind da durch das Drugchecking eigentlich auf die Idee gekommen psychoaktive Moleküle zu vertonen nach dem Prinzip der kosmischen Oktave und zu gucken wie das auf die Leute wirkt und sind da am experimentieren und was Musik und Harmonie und die Harmonik die Beziehung zwischen Übereinstimmung von Licht und Ton und Frequenzen darüber nachzudenken das bei der Gestaltung von Partys zu berücksichtigen darüber zu berichten und dafür gibt es auch immer wieder spezielle Partys wo wir das ja in Ton Wort und Bild irgendwie versuchen rüber zu kriegen damals auch im Subground auch im Non-Talks waren wir mal ziemlich häufig gibt es auch nicht mehr da steht jetzt in der Gegend eine O2 Halle und aber damals war das eine absolute Partymeile mit Osgut und Panorama Bar und Non-Talks und das nackt neue Akademie weiß ich was für Künste Kunst und Technik oder irgend sowas hieß die aber es waren absolut geile Locations und da war richtig intensives Partyleben und da haben wir auch eine ja Benefiz Party gemacht hat der Team organisiert und das war auch noch eine Zeit da war es vernünftig den Leuten beizubringen wie man im Netz surft also man muss sich denken das ist gut zehn Jahre her da wussten viele Leute noch nicht mal wie man richtig eine Suchmaschine braucht das war noch neu Land für auch viele junge Leute dass jeder mit einer Selbstverständlichkeit mit so einem Gerät umgehen kann hat das ganze Informationssystem absolut verändert nicht heute ist es so an einem Donnerstag haben wir in Zürich am Bahnhof eine Pille abgeben und analysieren lassen ob die okay ist und wie viel Milligramm da drin sind am Freitag kriegt die Betroffene eine Meldung oder kann das abrufen und wenn es eine hochdosierte oder gefährliche Pille ist dann stellt das der Alexander ins Netz und schickt das über Newsletter rum ich kriege den Newsletter ich weiß Freitag zwischen 18 und 19 Uhr kommt eine E-Mail vom Alex wenn neue Ergebnisse da sind von denen gewarnt werden kann kann die gleich weiterleiten ausdrucken und am gleichen Abend im Club sagen in Zürich sind die und die neuen Pillen unterwegs und genauso funktioniert das mit Wien und in Barcelona sind die Pillen nicht viel anders was analysiert wird der Markt ist sehr europäisch und wenn ich sehe die Security zeigt mir und fragt mich ob ich die kennen die Goldbarren an dem Tag kannte ich sie nicht aber am nächsten Freitag konnte ich ihm sagen da sind 166 Milligramm MDMA drin weiss ok das ein seriöser Kunde der schluckt nicht irgendwas aus sauberes MDMA bis 1997 haben wir hier in Berlin die Partydrogen Broschüre wie schon erwähnt in mehreren Auflagen herausgegeben immer größere Auflagen im Zusammenwirken mit der AIDS-Hilfe aber irgendwie hatte EventRave Berlin kein Geld und in der Schweiz war Geld da Steuergeld und da haben wir zusammen mit anderen Institutionen in der Schweiz einfach die Broschüre erweitert ergänzt die Partydrogen Info EventRave Schweiz EventRave Berlin und die schweizerische Fachstelle für Schadensminderung und eine Gruppe im Tessin und eine Gruppe in Lausanne auf Französisch und die Broschüre wurde auch gleich in drei Sprachen übersetzt die gibt es genauso in Französisch und Italienisch und das kam uns sehr gelegen weil es hat sich die kam 2001 rein um die Jahrtausendwende doch ein wenig sich geändert die Konsummuster die Stile haben sich geändert es kamen neue Substanzen hinzu und deswegen musste die aktualisiert werden und dann gab es im neuen Jahrtausend die Grünen die Landesarbeitsgemeinschaft Drogen heute Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik da ist Tibor sehr aktiv er hat an beiden dieser Broschüren mitgewirkt die Zauberpilze und Excesi und Techno die Zauberpilze war sehr begehrt die wurde siebenmal nachgedruckt davon wurden über 120.000 Exemplare unter die Leute gebracht und da hat sich auch bestätigt in Norddeutschland ist die Kombination so wie der Joachim in seinen Umfragen auf Festivals die angenehmste Kombination hat er festgestellt auf Festivals hier ist Zauberpilze und Ecstasy hat die höchste Bewertung gekriegt und diese Broschüre war auch diejenige die am gefragtesten war wenn man da eine Schachtel mit hatte die war am schnellsten leer selbst Ecstasy und Techno wurde weniger nachgefragt in einer Community wo man eigentlich denkt die Mehrheit frisst hier Ecstasy die Pilzbroschüre war erstaunlicherweise gefragter da haben mehr Leute zugegriffen aber war damals waren die Grünen sehr aktiv es gibt noch eine ganze Reihe weitere Broschüren zu anderen Substanzen und die waren sehr gut formuliert und das war sehr angenehm da wir selber keine Broschüren mehr so drucken konnten weil wir kein Geld hatten als Event Rave dass die Grünen Geld hatten um Party Drogen Broschüren nach einzelnen Substanzen das heißt die gleiche Intention aber ausführlicher die Leute konnten sich also seitdem diese Broschüren rauskamen besser informieren und der andere Partner der uns sagen wir am meisten mit Material bestückt hat war die Deutsche Aidshilfe und der Deutschen Aidshilfe möchte ich vielleicht ein paar Worte sagen weil das ist schon ein ziemliches Phänomen und dass das alles so funktioniert verdanken wie einer Frau die erstaunlicherweise in der CDU war aber die war Gesundheitsministerin und heißt Rita Süssmuth und die hat etwas gemacht was ganz wenige Politiker können sie hat nämlich nicht politik nahe am Menschen oder Politik für Menschen gemacht sondern sie hat Politik mit Menschen gemacht und sie hat sich die Strukturen der ganzen Selbsthilfe Gruppen angeschaut und überlegt und mit den Leuten diskutiert wie man einen Weg findet dass man nicht denen etwas Neues gegenüber stellt sondern dass man die fördert und dafür gesorgt dass es dann Landes und örtliche einige Städte haben einige Aids Hilfe und eine bundesdeutsche Aids Hilfe dass das koordiniert wird und dass sie alle die nötige Infrastruktur haben ihre Arbeit zu machen und dazu gehört das Bereitstellen eines Büros möglichst ein zwei Bürokräfte und Kommunikationskosten und Kanäle und gewisse Druckkosten damit die vor allem Ehrenamtlichen da arbeiten können aber dass für das Administrative auf jeden Fall auch ein bezahltes professionelles Team dahinter steht das sie unterstützt dieses System hat sich also dann in den 90er Jahren sehr gut entwickelt und die hatten auch sehr vernünftige Drogenreferenten das war einmal der Helmut Ahrens der die Broschüre geschrieben hat und danach war das die Gundula Barsch die zum Beispiel den Begriff Drogenmündigkeit in die Welt gesetzt hat und bekannt gemacht hat und jetzt ist das der Dirk Schäfer und das sind sehr erfahrene und intelligente Leute und die haben weil es ja nicht überall Organisationen gibt die Partydrogen Broschüren machen halt eigene Broschüren gemacht Schwerpunkt natürlich Gesundheit aber auch allgemein über Partydrogen und die Partydrugs Hilfs Broschüre die ging sehr gut wurde auch mehrfach nachgedruckt und das war der Vorteil die gab es auch bei allen Aids Filialen da sind viele Texte sehr ähnlich wie in unseren Partydrogen Broschüren aber das gesundheitliche noch ein bisschen mehr ausgearbeitet und vor allem Safer Sex Botschaften sehr klar ausgeweitet darum auch die Safer Use Broschüre von der Aids Hilfe aber das war auch lange Zeit sehr wertvolles Material das wir immer am Stand hatten heute es gibt immer mehr neue Drogen und über die gängigen habe ich mal ein Büchlein gemacht Drogen Mischkonsum und das ist interessant vor allem auf Messen der erste Untertitel der dann auf den Innentitel kommt heißt Genussoptimierung und wenn jemand auf der Messe dieses Buch in die Hand nimmt und aufschlägt dann dauert das ein Drittel bis eine halbe Sekunde und ich sehe den Gesichtsausdruck und dann weiß ich wie die Person über Drogen denkt und die Informationen die da drin sind die ändern sich natürlich ständig und zwar wird das Internet gebunden wir haben die auch immer am Stand als Ausdrucke und die sind auf Drogenkult.net abrufbar sind ein bisschen anders angeordnet hier im Buch damit es easier zu lesen ist dass man weniger blättern muss aber ansonsten das ist jetzt die Auflage von diesem Jahr ist das einfach in Buch form das was wir an unseren Infoständen verteilen und im Netz kann man natürlich schneller was ändern wenn jetzt jemand kommt und uns Dinge erzählt die wir nicht wussten die relevant sind irgendwelche neue Forschungsergebnisse oder so dann kann man die ziemlich schnell da mit rein nehmen und als neue es gibt immer neue Konsummuster oder es gibt neue Liebhabeleien unter den Leuten da zählt einerseits DMT dazu also die nächsten zwei Fachinformationen wird eine Djanga und DMT enthalten und das andere was momentan einfach immer mehr die Leute drüber reden und fragen das ist die 2C Serie von Schalgin das ist eine bestimmte Gruppe der Phenethylamine und da ist vor allem 2 CE eins das momentan mehr im Kommen ist oder auf einmal mehr in Mode kommt oder wie auch immer andere kennen das schon seit 20 Jahren aber es gibt da einige neue das sind die sogenannten N-Bomes die wirken sehr intensiv und die werden manchmal als LSD falsifikate angeboten und das ist ein bisschen krass wenn man Essid erwartet und dann auf einer völlig anderen ich muss nicht sagen unbedingt unangenehmen aber doch sehr andere Reise geschickt wird und vor allem dauert die ein bisschen länger und ist manchmal auch ein bisschen krasser 10 years of mystic rose da war der kitkat club in der besmerstraße und da gab es oben noch einen zweiten club das dachgeschoss das hieß artefakt und da gab es eine party crew die hießen flying parties eigentlich ziemlich junge leute und die haben immer parallel zum kitkat goa trans partys gemacht zum teil wenn mystic rose war dann war das eine party war das einfach ein weiterer floor aber da oben da haben wir viel gefeiert und da haben wir auch absolut regelmäßig wie zuvor über jahre hinweg da auf dem pfefferberg im subground gibt es halt nicht mehr darum sind wir nicht mehr da mäßig rose gibt es noch darum sind wir halt da noch da aber damals gab es eben auch noch die flying parties und die haben auch für uns als party organisation zehn Jahre event rave die party für uns organisiert also für uns war das einfach völlig angenehm weil außer infostand war für uns keine arbeit die haben uns alle arbeit abgenommen und das finde ich von der party crew ein außerordentliches nettes jubiläumsgeschenk das war psychedelic prosjektiv goa trans und die konnten sich so ein understatement leisten als party crew dass sie auf dem flyer fünf euro eintritt und dj's und dj's stand nur surprise aber war sehr gut besucht also der artefakt club das war ein absolut genialer club weil da konnte man so eine treppe hochgehen und der war mal auf dem dach vom kitty und da war dann oben so der chill space das war so ja bisschen kleiner als der raum hier und da war immer der chai shop drin und der drogen infostand und dann gab es aber noch eine große veranda wo man auch draußen sitzen konnte und sich abkühlen konnte und das war absolut chillige atmosphäre und auch ein sehr geeigneter ort um in ruhe mit leuten über ein bestimmtes thema einfach zu plaudern und das ist der beste weg der weitergabe der information wenn das ja als gemütliches ruhiges gespräch läuft und nicht so wie an einem schalter bei einem bahn schalter wo man gerade eine auskunft kriegt gut es gibt leute die wollen nur eine auskunft aber wenn die leute sich erklären oder was wissen wollen geht es auch meistens um sehr persönliche erfahrungen da braucht es viel einfühlungsvermögen und zeit und das wichtige bei diesen infoständen ist auch immer man ist ja nicht nur informationsgeber oder nehmer sondern man ist auch ankerpunkt das heißt die leute fragen am anfang von der party seid ihr bis am schluss der party da und wenn wir das bejahen dann erzählen die uns was sie nehmen und gehen feiern und erzählen uns zwischendurch mal wie es ihnen geht laden uns auf einen trink oder sonst was ein und man plaudert ein bisschen aber das gibt den leuten eine sicherheit egal was auftaucht sie wissen da sind ein paar die haben schon jahrzehntelang irgendwelche psychedelische erfahrungen gemacht wenn irgendwas außergewöhnliches passiert die kann man auf jeden fall mal fragen und das dadurch kommen die lang nicht so schnell irgendwie auch mal in panik weil sie wissen da ist ja ein ankerpunkt also es ist weit mehr als nur da sein und informationen auszutauschen sondern es ist immer auch ein energetisches feld so ein infostand und die personen die da sitzen die sind die verkörpern sozusagen dieses energetische feld und die leute merken das ganz von allein das muss man nicht groß anschreiben also wir machen keine groß geflaggten infostände wo irgendwie ein name drüber steht sondern das ist ganz dezent aber doch so dass die leute es mitkriegen das bricht sich schon rum und die nehmen sich ihre infos und wir haben auch immer ein paar infos die nicht die drogen betreffen weil wenn wir noch ein flyer von megasprey oder von der east zeitgallerie oder für den berliner wassertisch oder was so in der letzten zeit tempelhofer fällt da noch aufliegen haben dann kann ein zuschauer nicht darauf schließen wenn jemand länger am stand ist dass er sich für drogen interessiert er kann sich auch für politik interessieren und selbst im club wie kitkats gibt es leute die das außerordentlich positiv bewerten dass wir das da haben dass frau kinder arbeitskollegen nicht unbedingt mitkriegen dass sie sich jetzt so extrem für substanzen interessieren dann machen wir so fast jedes jahr dieses jahr nicht weil da waren wir vor allem mit 30 jahren nachtschatten beschäftigt aber sonst jedes jahr in der ritter butzger auch immer so eine veranstaltung wo es vorträge gibt und wo der grösste floor dann die chill area ist und die chill area dann zum dance floor gemacht wird da gibt es dann auch immer außer infos zu kosmischer oktave da werden nur kosmischer oktave musik gespielt dann klangwirkstoff ist das label berliner label für oktav gestimmte musik und da machen wir halt auch vorträge über psychonautik und partykultur und da gibt es dann auch immer ein buch antiquariat ist da de marco und da haben wir auch zum beispiel das jubiläum gefeiert dann von eklips eklips ist so ein verein der von der aufgabe her ähnlich ist wie event rave aber sein spezialgebiet oder seine hauptaufgabe ist die psychedelische ambulanz auf der fusion und das ist schon als jahreshauptprogramm einfach eine ganz schöne menge arbeit weil fusion das ist ein ort das sind dann so 60 70.000 leute und davon sind zigtausende die da kräftig dosieren und eben manche auch überdosieren und die brauchen dann eine psychedelische ambulanz und die eklips leute die haben dann auch hilfe von den drugscouts aus leipzig oder vom alice projekt in frankfurt also das ist ein kraftakt zu einer psychedelischen ambulanz und das ist echt harte arbeit 24 stunden service für völlig verpeilte wo wir rauf kriegen was die brauchen ob die einen tee brauchen ein gespräch brauchen eine warme decke brauchen oder eine massage oder vielleicht doch ärztliche hilfe auf der anderen seite wenn leute ärztliche hilfe suchen die ärztliche stellen fest die sind eigentlich ganz gesund nur haben gerade ein bisschen veränderte wahrnehmung dann bringen die vom roten Eclipse psychedelische Ambulanz das ist also da eigentlich so ein guter Austausch wie das auf der Fusion funktioniert und das 15-jährige Jubiläum von denen haben wir da gefeiert habe ich mit Markus Berger sozusagen die Laudatio gemacht Markus Berger ist der von der Drug Education Agency kennen die meisten und dann gab es auch eine Zeit das war dann so um 2010 das war wohl die Zeit wo wir die meisten Infostände gemacht haben weil da waren unglaublich viele Partys angesagt 2010 2011 da mussten an unglaublich vielen Partys da hat Megaspray große Demos organisiert und es gab jede Menge Soli Partys und da mussten immer Infostände sein und drum war 2010 2011 mit Megaspray sehr arbeitsintensiv aber auch sehr interessant weil es war zum Teil eben auch weil es waren auch politische Veranstaltungen ein anderes Publikum es waren andere Fragen es hat wieder völlig neue Aspekte aufgezeigt und gerade was den Bereich Cannabis als Medizin anbelangt konnten wir da feststellen das war 2010 für viele Party Gänger neu das kann man sich kaum vorstellen aber das war für viele Leute neu die haben die Flyer von IAMC genommen haben das studiert und haben sich gewundert ah wirklich das ist nicht nur ein Alibi das ist wirklich so also es ist erstaunlich wie groß der Aufklärungsbedarf in vielen Kreisen war und ist und wir machen nicht nur in Clubs sondern wir bearbeiten auch immer wieder Politiker hier sie warfen wilde Steffen und Icke das war bei dem Jahrestreffen der Solid Solid das ist die Jugendorganisation der Linken und da haben wir das auch schon ein Weilchen her dass sie immer weil da für die Cannabis Kultur von Steffen geworben wird er hat ja so eine Reise durch Deutschland gemacht und sozusagen Cannabis Informationen durch die Lande gefahren von durch alle Landeshauptstädte und noch vielen anderen Orten aber da kann man ja dann den Steffen zu befragen wenn man da mehr wissen will aber da war die Resonanz eigentlich auch erstaunlich gut und auf der anderen Seite gab es politisch aktive junge Leute die null Ahnung von der Materie hatten die waren weder positiv noch negativ eingestellt sondern die waren zwar politisch aktiv im sozialen Bereich und allen möglichen Bereichen aber Drogenpolitik war für sie bis dato bis zum Gespräch an dem Tisch kein Thema und das ist wirklich erstaunlich und das sind schon wenn einer in einer Jungorganisation einer Partei aktiv ist daran merkt man wie das Thema eigentlich aus dem politischen Alltag verdrängt wird auch viele Leute beschäftigen sich einfach nicht damit und darum ist es wichtig eben auch an so Veranstaltungen wie die Junge Linke oder es ist eigentlich egal welche Partei die die sich inhaltlich damit beschäftigen für die macht man das wir haben mit den Piraten zusammen Veranstaltungen gemacht und waren auch schon auf Wahlveranstaltungen von den Grünen mit dem Infostand vertreten das sind eigentlich die drei Parteien die in den letzten Jahren zu Drohnen Politik sich geäußert haben das das zum Beispiel ein Bild von dem Infotisch da sieht man was wir da so alles drauf haben die im Hintergrund sieht man die fotokopierten Fachinformationen und davor haben wir immer Infomaterial vom Hanfmuseum natürlich ich glaube das ist die Institution für die wir am längsten Flyer also auf dem Bild von der habe ich extra geguckt von der Love Parade da hatten wir auch schon Hanfmuseum Flyer auf dem Stand liegen und dann natürlich Hanfparade dann die Grüne Hilfe dann auf jeden Fall die DHV die Drug Education Agency oder PsyTV oder Tagesrausch oder einfach für die Dinge wo man sich in Berlin informieren kann sich mit den Leuten austauschen kann wo Adressen draufsteht wo man Ansprechpartner findet für Themen die einen interessieren und hier auch als politisches diese blauen Flyer das sind alles politische Sprüche von Bert Precht und das ist alles von MS versenken weil die Spreeufer und die Partyverdrängung das ist immer ein Thema und auf Open Airs sind wir präsent also nicht nur die Clubs in Berlin das war das Goagil der ist der Berliner Szene outtreu der war schon mal auf dem Flyer aus dem Tränenpalast da haben wir auch schon Goagil genossen und da habe ich zum Beispiel die Einweihung vom Dancefloor der Ansprache gehalten bevor die Party losging und da haben wir einen Infostand gemacht der sah dann ungefähr so aus sehr einfach gemacht unten ist ein Biertisch Tuch drauf Bierbank Tuch drauf oben die Fachinformationen unten die ganzen Flyer und dann gab es da Sitzgelegenheiten und direkt nebendran war der Jai Shop das heißt man kommt da ein bisschen abseits von der Musik aber so dass wir sie noch gut hörten einfach sitzen plaudern Tee schlürfen und den Tag genießen leider vor kurzem verstorben der Joachim Eul der hat das Institut für Empirische und interdisziplinäre Drogenforschung geleitet die Idee wurde übrigens am 100. Geburtstag vom Albert Hofmann geboren und dann hier auf einer NTO Vision Konferenz in die Tat umgesetzt und der Joachim Eul der war ein ich glaube der Forscher den ich kenne der am meisten autonom gedacht hat der hat sich seine Fragebögen ausgedacht und ist auf Festivals gefahren der war bei uns am Stand an der Love Parade der war in der Space Park auf der Fusion der war in der Yoga Town auf der Antaris aber auch an Ständen an der Hanfparade und hat Leute zu ihrem Drogengebrauch gefragt tausende und hat das dann unter anderem mit Tibor und Gundula in Fachzeitschriften publiziert und einer seiner neuesten Studie und das haben wir als Infoblatt auch am Stand damit die Leute sich informieren können die Befragung der Leute wie sie es mit safer Sex halten auf bestimmten Substanzen und da zeigt sich dass dissociative Substanzen wie GHB das Sexualverhalten oder das Verhalten was die Vorsichtsmaßnahmen beim Sex anbelangt mit am meisten beeinflussen und auch Ketamin also muss man auf diesen Flyern besonders intensiv empfehlen auf Gesundheit und safer Sex zu achten Ja nimm das Mikrofon dann versteht man dich Ja also zwei Dinge wollte ich jetzt zu der Forschung von Joachim sagen also wichtig ist denke ich mir dass man dass er mit so einer Forschung jetzt nicht untersucht hat wie wirkt eine Substanz zum Beispiel auf das safer Sex Verhalten dazu müsste man ein anderes Forschungsdesign machen also so ein klinisches Forschungsdesign experimentelles Design sondern er hat die Zusammenhänge untersucht und es gibt ganz klar Zusammenhänge zwischen bestimmten Substanzen bestimmten Konsummustern und dem Gebrauch von Gondomen oder auch das Weglassen von Gondomen Band 6 und dann wollte ich nochmal was sagen zu dem Statement von Hans er war einer der autonomsten Forscher also ich würde schon sagen er hat er hat autonom gedacht hat Hans gesagt er hat sehr wissenschaftlich gedacht und wissenschaftlich denken heißt ja dann auch sich auf das zu beziehen was es schon in der Wissenschaft gibt das heißt es setzt auch eine sehr aufwendige und systematische Recherche der wissenschaftlichen Literatur voraus und das hat er auch schon gemacht und er hat sich auch schon darauf bezogen also es hing nicht in der Luft das ist mir wichtig zu sagen ja der Joachim wollte es immer genau wissen er hat nicht nur die Literatur studiert sondern auch MNIT Umfragen zusammen mit verschiedenen Institutionen aus der Grünen Partei mehrere gemacht und die Leute über den Legalitätsstatus befragt wie sie denken zu bestimmten Substanzen und das auch über immer wieder alle paar Jahre wieder ähnliche Fragen gestellt um auch einen Bewusstseins Wandel dokumentieren zu können also er hat sehr konsequent wissenschaftlich gearbeitet und er hat aber auch so gearbeitet dass die Leute ihm vertraut haben es war auffällig er hat seine Fragebögen den Leuten gegeben die Leute haben Fachfragen gestellt aber sie haben keine Fragen gestellt wer macht das oder wer wettet das aus oder für wen sind die Daten das heißt Joachim ist von seinem Wesen her den Leuten glaubwürdig rüber gekommen weil er hat sich nicht indoktrinieren lassen von irgendeiner Richtung sondern er hat konsequent und klar wissenschaftlich gearbeitet und die Leute haben das gespürt dass das jetzt nicht gemacht wird um sie in die Pfanne hart zu hauen in irgendeinem wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Artikel und darum war er auch bei uns am Stand immer willkommen zum Schluss will ich hier nur kurz einfügen das sind jetzt hier verschiedene Substanzen das zum Forum von EventRave Schweiz EventRave Schweiz ist sehr aktiv hat eins der am besten gepflegten deutschsprachigen Drogenforen und die Totenköpfe zeigen an nicht gleich ob das man gleich stirbt sondern einfach die Wahrscheinlichkeit dass man unangenehmen Nebenwirkungen verspürt und die Schmetterlinge zeigen an wie das High ist und dann werden auch noch Koeffizienten eingezeigt ich will damit aber vor allem zum Ausdruck bringen heute einem Drogen Infostand zu stehen ist eine völlig andere Herausforderung als noch vor 20 Jahren weil es werden zu weit mehr Substanzen Fragen gestellt also die Notwendigkeit sich fortzubilden ist ungleich größer geworden und gerade die 2C Serie die wird populär und die unteren die da gezeigt werden die nimmt man sublingual diese N-Boms die schluckt man nicht sondern da nimmt man einen Tropfen oder eine Pappe die sind auf Pappen auch zu haben leider auch als LSD Falsifikat im Umlauf aber man merkt das die schmecken bitter so typischer bitterer Geschmack wenn man so einen Filz nimmt dann muss man sich gewähren das kann länger dauern als ein Essid und ist auch anders bis jetzt alles was analysiert wurde egal ob in Barcelona oder in Zürich oder Bern oder in Wien die waren eigentlich alle korrekt dosiert also es sind noch keine Enbrums aufgetaucht wo zu viel drauf war es gibt verschiedene Mischungen das ist dann so ja drogen mischkonsum ist eine kunst wie kochen nimmt man vor einem gewürzt zu viel da schmeckt die ganze Speise nicht und die Hersteller probieren die Mischung vor allem 2CI und 2CH das sind also zwei Varianten die oft gemischt werden und auf den Pappen beides drauf gesprüht ist dann je 400 bis 600 Mikrogramm das ist also auch im Mikrogramm Bereich wirksam das ist also muss sich vorstellen ein Blatt Papier wirkt 5 Gramm wenn man das jetzt durch 1000 Teile teilt ein Blatt Papier dann hat man 5 Milligramm teilt man die dann nochmal das Tausendstel also wenn man Blatt Papier in 5000 Schnipsel macht hat man ein Milligramm und man braucht weniger von dieser Substanz um richtig drauf zu kommen und die Welt mal für 12 Stunden aus ganz anderen Augen zu sehen Das heißt wenn man in der nächsten Zeit was vor hat oder so man muss sehr vorsichtig mit diesen Substanzen umgehen man kann nicht sagen das sind böse Substanzen Substanzen sind nicht per se böse sondern sie wirken so wie man sie nimmt also es kommt immer auf den Umgang mit den Substanzen an und man muss wissen Trank Set and Setting sonst kann es richtig in die Hose gehen vor allem in der Open Air Szene werden Indol Präparate immer beliebter vor allem DMT 5 Meo DMT das ist LSD ist immer noch nach allen Kriterien der Kunst die sicherste Droge LSA NNDMT 5 Meo DMT und 5 Meo DIPT steht jetzt nicht dran das taucht auch immer häufiger aus aber das Interesse für diese Substanzen ist momentan sehr am wachsen das liegt auch am Ayahuasca Kult durch Ayahuasca lernen die Leute DMT kennen und das ist der Nachteil der indischen Gurus die Leute ziehen heute eher nach Südamerika als nach Indien das liegt einfach daran die Schamanen in Südamerika haben die besseren Stöffchen auf Lager und und den Leuten dadurch einfach mehr zeigen und ganz zum Schluss Hanfmuseum Man kann wirklich danken das Hanfmuseum existiert ja auch bald seit 20 Jahren hat am 6. Dezember 1994 eröffnet das heißt das Hanfmuseum feiert am 6. Dezember dieses Jahres seit 20. Geburtstag das sind immer sehr nette Geburtstage kennen das Hanfmuseum von Anfang an und das Hanfmuseum ist weit mehr als nur ein Museum hier in diesem Raum finden auch die ganzen Besprechungen und Vorbereitung für die Hanfparade oder für die Global Marihuana statt hier in diesem Raum kam schon öfters zum Beispiel Gundula Barsch mit der Studenten Gruppe um sich zu informieren über Präventionsarbeit in Berlin das Hanfmuseum verheimatet auch Internetseiten soviel ich weiss von der grünen Hilfe über PsiTV und Usual Red Ant die Kommunikation läuft vorwiegend hier übers Hanfmuseum man tauscht sich aus man diskutiert und durch das Hanfmuseum habe ich viel erfahren viel gelernt und ich möchte hier an dieser Stelle die Crew vom Hanfmuseum für das stetige Engagement seit bald zwei Jahrzehnten herzlich danken und auch danken dass wir für diesen Anlass hier diesen Raum nutzen konnten und ja es gibt die Möglichkeit wer es noch nie gesehen hat man kann sich dieses Museum angucken es gibt hier echt sehenswertes in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und willkommen im Hause Applaus Vielen Dank.